Uru Parvasana ist die Stellung auf den Knien. Uru Parvan heißt Knie. Uru Parvasana die Kniestellung. Vom Fersensitz ausgehend hebe die Füße hoch und dann strecke die Arme zur Seite aus. Atme gleichmäßig ein und aus. Das ist eine schöne Übung für Gleichgewicht. Du bist auf den Knien, die Fersen Richtung Gesäß, soweit es geht. Letztlich ist es auch eine Variation der Vogelstellung auf den Knien.